Ja, so Leute, da bin ich wieder. Aha. Diesmal wieder mit Michael unterwegs. Und mal ganz kurz auf die Karte geguckt. Persönliches Fahrzeug. Fremde Freaks. Oder mein Zuhause. Können wir mal sagen, geben wir erstmal mit uns das eigene Auto. Wow. Wow. Du benutzt nicht, der Trainer nimmt mich hart dran. Äh, yes. Dazu sage ich jetzt gerade mal nix. So, dann muss ich mal sagen. Düsen wir hier hin. Übrigens, falls ihr euch wundert. Oh. Nee, passt noch. Aber der Seitenangang. Vorhin war ich auf der anderen Seite. Ja, ich habe in keinem Break gemacht. Sprich, es ist eine neue Runde der Aufnahme. Deswegen war die Stelle ein bisschen anders als beim letzten Mal. So, hier, weiter geht's. Die Fahnie wie die Irren. Oder bin ich das? Ich weiß das nicht. Aus dem Weg hier komme ich, Mensch. Wow. Hat gepasst. Ja, du mich auch hier. Höh. Mensch, ey. Musst du jetzt ausscheren? Oh. Oh, hier. Weiter. Wow. Ich meine, die Kette ist schön durch. Wenn die jetzt nochmal hupen, dann gibt's aber Ärger. Na komm. Einmal mal hier. Und laufen da mal schnell hin zu der Person, die hier auf uns wartet. Ja, spannend, wer das ist. Sie glauben, in Freiheit? Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? What the fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah. This is what I'm talking about. I don't give a fuck about Reefer. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This? This is tyranny by morons. Well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to Nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, but... I never let them get too near. Oh, the fuck! Is that? And the aliens? Wow. God. Die Knarre. Die Knarre. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm just melting. Get the hell back. I finally fucking lost it. Was ging ich denn hier ab, Alter? Was ging ich denn hier ab, Alter? Oh, der ist ja voll am Mop drinnen, Herr. Wow, jetzt kommt es aber los. Das geht nicht ab, Alter. Äh, man sollte immer nie nach mehr fragen. Man sollte nie nach mehr fragen. Ja, das sieht man, die Likor-Company haben für die Prohibition genutzt. Das ist eine komplette Insanität. Ich denke, ich kann auf Ihre Unterstützung. Was die überhaupt passiert? Was bist du? Wir diskutieren die Globalisierung, das Staat. Stay die weg von mir. Aber es ist eine gute Grunde. Ja klar, will ich die überschreiben. Was soll denn das denn? Ich muss das mal gerade lesen, ey. Was wollt ihr von mir? Ist ja wohl logisch. Da seht ihr mal wieder, wie viele Tage ich das Spiel schon nicht mehr gezockt habe. Das ist meistens so, ne? Da ist gleich die Tür kaputt gegangen. Jetzt mal hier aus dem Weg, Meister. Wie sieht die Karre eigentlich aus? Was ist denn mit der Karre passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich stelle die ordentlich ab und dann ist die im Arsch, oder was? Wow. Das war knapp. Kriege ich hellen. Alles kein Problem hier. Wow. War das eben gerade knapp an der Lichtorgel da dran vorbei. Höh. Ich hatte grün. Nimmt mir die Vorfahrt genommen, der Sack da. Entschuldige Ausdrucksweise. Also fahren kann ich nicht. Fahren kann ich nicht. Fahren kann ich echt nicht. Genau, geh mir mal deine Karre da, die da ist. Ja, die hat mir gefallen. Das ist mir klar, das kenne ich da schon. Also die Info. Okay. Kriege ich auch hin. Ach nee. Sag nicht so weiß. Und die Klamotten haben wir schon ein bisschen edler, ne? Als bei dem Franklin. Und die Bude sowieso. Mit dem du dich beschäftigen kannst. Mhm. Habe ich da gerade einen Knarren in der Hand? Wieso habe ich eine Knarren in der Hand? Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Du bist so eine verdammt Dichtator. Warum nicht? Er ist nicht die Nacht. Er ist ein Bum. Ich weiß nicht, warum du mit uns bist. Er ist ein Bum. Er ist Bum. Ich bin ein Bum. Ich bin ein Bum. Ich bin ein Bum. Wenn du mir hörst, ich bin nicht schaufe. Ich bin ein Bum. Du bist normal. Es ist nicht normal. Und du hörst dein Bein. Ich werde dein Vater zu sprechen. Und du kannst du dem Bum. Ich bin dein Bum. Ich bin ein Bum. Oh, man. Ich war nicht wirklich ernst. Was? Du bist hier, egal. Sit. Du bist nicht mehr zu retten. Mann, ich habe nie zu retten. Das war nur eine Repossession. Okay. Du sagst es, was du sagst. Ich bin wirklich nicht interessiert. Was kann ich für dich machen? Ich bin einfach gekommen, zu sehen, ob es etwas, was ich mit dir helfen kann. Ich sehe, du bist gut für dich selbst. Ich bin ausgewertet. Bist du ein bisschen jung für die Pipe, Slippern und die Schmerzen, und die Schmerzen. Ich bin in diesem Spiel für viele Jahre alt. Und ich bin ausgewertetzt. Das macht mich der richtige Alter. Du bist ein guter Mann. Aber wenn du mein Tipps hast, gibst dir das Schmerzen. Du arbeitest hart, schraubst alle, die du liebst. Hörst, robben, töten indiscriminiert. Und vielleicht, vielleicht vielleicht, vielleicht, wenn du Glück bist, wirst du ein 3-Bit-Gangster. Das ist schmerzen. Geh zum Köln. Geh zum Köln. Dann kannst du die Leute wegschrauben. Dann kannst du die Leute wegschrauben. Das heißt, Kapitalismus. Hm. So, was ich gesehen, das letzte Mal war, wenn ein Schmerzen, sich kurz reinigen und terroriert alle, richtig? Was ich gesehen, das letzte Mal war, war ein Mann, mit Pest. Ich glaube, dass ich mich nie gesehen habe, als nur ein Pest. Na, in der heutigen Übung, geht es um Humilität. Tomorrow, wir versuchen, ein Training. Ein Training, was? Ich bin, in ein 80er-Fantasy. Ja, ich kann sehen, dass du viel Zeit hier spendst. Ja, so viel wie ich kann. Das ist, warum du hier in Vinewood bist, oder? Vielleicht, ich bin hier, weil ich nur ein Idiot. Ich glaube, dass die Bäume geprüft sind ein guter Substanz, nicht wissen, was du auf der Erde machst. Jesus, Mann, du bist ein guter Moment, du kennst das? Ich sage dir was, das wenig ich kann, ist zu kaufen dir diese Bier. Es gibt eine kleine Barre, die ich liebe. Es ist nicht zu weit von hier. Los geht's. Alles klar, Mann, ich folge dich. Los geht's, wie Amanda's car. Hey, Jim, ich gehe für ein Drink. Dad! Scheiße! Ich habe unser Boot über die Westerheilung. Es ist... Es wurde verletzt. Was? Das Boot wurde verletzt? Ich habe es versucht, zu verkaufen. Ich weiß, dass du es nicht wollte, aber ich brauche Geld. Und sie wollen es nicht kaufen, sie wollen es einfach nehmen. Ich habe es im Kopf. Du bist verrückt! Okay, ich komme. Für mein Boot. All righty, then. Change of Plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that man. Ja, dann mal los hier. Der klaut der so, nehmen wir einfach mal ne Jacht. Der Depp. Schillig ausdrücklich, ist doch so. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man. Look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had both privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathroom. Shit, things that desperate, huh? Oh, but you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. There's somewhere on the western highway. Man, ain't you where? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No thank you. Alright, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was a bit tired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Woah! Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. So. Irgendwo sind wir hin. Oh, Oh, there. There. There, there it is. That's my boat. You're both in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Whoa! Wow! Shit! Shit! Ich bin hier, gib mir boat! Come on, man! Fuck! Fuck! Oh shit! Oh fuck! Get yo ass out of here! Oh my god! Oh, get it! They fucking shot the engine! Fuck! Shit! Ooooooh! Kann ich hier was machen? Geh! Woah, crap! Benutze! Oh shit! Benutze! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich würde sagen, ich habe das ein bisschen irgendwie nicht hingekriegt. What's the heck, Alter? Ja, klar muss ich das nochmal versuchen. Oh! There! There! There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man! Yeah, well, we'll catch em! So. Woah! We got a plan? Sure! Once I get us up close, You're the boarding party! More like the following the traffic party! You'll be fine! If anything happens, I got a piece of the glove box, I'll cover you! Oh yeah man, fine! You'll be fine! You'll be fine! Oh fuck this! Ah, this is gonna kill me! Ah! 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 Isn't it? Ah! 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 Sog Battlerf Subscribe, Ah! 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 So. Woah. Woah, shit. Das kriege ich irgendwie noch nicht hin. Diese Fokusschaltung. Die muss ich wahrscheinlich machen. Wow. Okay. Zum zweiten Mal war daneben gehauen. Die Fokusschaltung. Die habe ich wieder nicht im Kopf. Entschuldigung, Leute. Aber das kriege ich auch noch hin. Ja, ich hoffe trotz alledem, es hat euch irgendwie gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentaren, Like und Abo. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Ihr wisst, warum. Und in diesem Sinne wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne. Und das ist schon mal, wie es geht mit dem, die Glocke anzumachen. Und das ist aber auch schon gleich. Ich habe jetzt wieder ein. Und das ist schon mal, wie es geht mit meinem Glocke anzumachen. Vielen Dank.